Hallo und da bin ich wieder zu einer neuen Runde Minecraft Let's Play. Ich gehe wieder vorsichtig einmal hier hoch um auf den Ausblick zu gucken und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Okay, das hört sich scheiße an. Also jetzt nochmal normal willkommen zu einer neuen Aufnahme. Äh, wieso ist das so leise? War das nicht immer so leise? Das hört sich gerade extrem leise an. Das kann einfach daran liegen, dass meine Lautsprecher etwas zu leise geraten sind. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, jetzt höre ich meine eigene Stimme fast nicht mehr. Ähm, gehen wir erst erstmal jetzt, äh, ich wollte da hinten zum Eier wieder machen. Zum Eier machen. Und das leckt irgendwie etwas, warte, ne, das leckt irgendwie ein bisschen. Was wollte ich denn machen? Ich wollte die Kuhfarm machen, fällt mir darauf. Und ich weiß auch noch wo. Ja, ich hab mir sowas gemerkt. Und, ach ja, genau, hier war ja, ach ja. Ja, und... Alter Schwede. Also haben wir so ein paar Eier gekriegt, die wir jetzt alle mal da reinschmeißen. Ja, das war sehr schlau. Ähm, die wird alle mal da reinschmeißen, da oben. War das hier? Nee. Voll falsche Richtung. Naja. Ach ja, schon die. Ah, ja, 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 okay. Ähm. Dafür müssten wir das alles nochmal umbauen. Umbauen. Un... Um... Oh Gott. Umbauen, weil da jetzt etwas viele Hühner, wollte ich gerade schon sagen, ähm, drin sind. Äh, es sind ja auch Hühner. Hä? Okay, mit einer Steinachs ausgerüstet geht's ans Werk. Und jetzt bauen wir erstmal das hier ab. Obwohl, das brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr, fällt mir gerade auf. Wir könnten ja eigentlich... ...bauen nur ein bisschen Holz. Oh, das wird hier alles nehmen. Jetzt habe ich ein bisschen Holz in der Hand. Ach, komm, jetzt behalte ich mal ein bisschen. So. Das reicht hoffentlich. Ja, 15 Holz. Holz vor allen Dingen. Äh, reicht. Und dann könnten wir das ja einfach... Äh... ...äh... ...äh... doch Prozent oder sein wollen doch jetzt habe ich jetzt wieder wenn ich ehrlich bin ich weiß nicht wie ich das da gebaut habe sieht jetzt hier etwas sehr schäbig aus aber naja ich glaube irgendwo muss ja noch ein Holz runtergefallen sein oder ich nehme einfach das hier weil in Minecraft gibt es ja die Erdanziehungskraft ähm so und jetzt baue ich das hier einfach zu und sage also da muss ich aufbauen naja okay ich weiß nicht ob das gut geworden ist aber einfach mal hier jetzt ich wollte gerade zu was hinstellen ich hätte noch Erde im Inventar einfach jetzt alles da rein werfen ach ja okay jetzt habe ich schon drei Eier vier Hühner habe ich jetzt schon fünf sechs sieben acht neun neun schon ja das war es jetzt auch wieder an Eiern okay äh dann muss ich das jetzt auch einmal bauen wo ist meine Acker ach halt ne da hinten so der bleibt stehen das ist halt so eine Kiste so so okay ähm dann haben wir die Hühnerform auch wieder umgebaut weil hier sind genug drin ich weiß auch nicht wieso wieso wir so ein riesiges Ding gebaut haben mit vier Hühnerbecken irgendwie das ist mir ein Rätsel aber naja aber naja okay das heißt jetzt ach ne warte mal ich habe doch jetzt keine dabei ich kann doch jetzt eigentlich wollte ich die RT Schicht ja abtragen ich weiß es nicht auf jeden Fall hole ich mir grad erstmal ach ich habe grad keinen wieso habe ich denn doch da ne Schaufel ich nehme aber die hier hier zumachen so ähm ich trage die hier nochmal halt na scheiße drauf ich trage die hier nochmal ab und wieso habe ich da jetzt ein Loch reingemacht so diesen Baum fällig da so so auch gefällt und diesen Baum fällig hier so das ist jetzt der nächste jetzt brauche ich da ganz viele Leaves ab ganz viele Blätter äh ja gut ähm oder wollte ich die Schicht hier abtragen fällt mir grad auf das kann natürlich auch sein das kann natürlich auch sein das reicht für den Stall hier so und so reicht das hier da kommt für das erste oder oder soll ich gleich einmal hier so gleich hier so so soll ich gleich einmal hier so machen oder weiter bis hier hinten obwohl doch das sieht das sehr sehr cool aus fände ich zum zumindest das geht gar nicht oh shit doch das geht das ich mache erstmal alles weg hier wahrscheinlich steht hier sieht nachher übel ich kifft aus halt die die Muster bleiben so wenn das geht noch und wenn ich die Scheiße jetzt hier dran mache ups alter wo fall ich denn da jetzt runter ich gehe erstmal hier schlafen ja klar wieso nicht jetzt ist gerade mein äh maus ausgegangen das heißt ja hört man jetzt auch du kannst nur nachts starten es ist nachts und komischerweise auch meine Tastatur obwohl die nicht aus ist aber es ist ja egal ne jetzt ist doch nachts dankeschön ja klar das kann ich gar nichts mehr machen boah ich hasse das mit der Scheiße Tastatur ich brauche eine neue Tastatur aber ich finde irgendwie keine gute ja ich habe schon gesucht aber ich finde keine gute das ist das Problem ah jetzt gehts wieder das ist toll ähm upsala so wenn ich das jetzt so habe das ja doch das naja genau vor der Aussage so ein scheiß Kuhstall zu haben das wäre Witz nein ich weiß nicht ob es ist ich weiß es nicht dann müssen naaa ne warte warte ich glaube ich mach das so ja doch das reicht ist jetzt völlig in Ordnung fürs erste zumindest jetzt müssen wir erstmal hier die Kühe hierhin holen wenn wir Kühe finden dann müssten wir hier sie dann müssten wir sie hierher holen ach ja und äh ich glaube das lasse ich auch hier so und macht dann dann upsala mach dann die Scheiße hier drauf weil ich glaube ich glaube das sieht gut aus so muss nur noch dieser Baum hier wieder weg alter wo ist denn der Baum dahin ist der Baum so auch weg Apfel Apfel ähm so ja doch das sieht witzig aus das sieht gut aus wenn es fertig ist nur mal ich brauche noch Zäune fällt mir drauf das heißt äh mal hier geht gar nicht ne das will ich auch nicht ähm ich suche Stecker 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 sind Stecker vielleicht da drin vielleicht bei Baumaterialien da dürfen die ja nicht drin sein da eigentlich auch nicht eigentlich da auch nicht ich hab nur ach so ja ne ich hab wirklich hä lol kann ja nicht sein ich hab fast keine Stecker mehr ich muss mal wieder hier Stecker sammeln äh so das reicht erstmal wieder an Steckern Alter dass man immer so eine scheiß Anzahl an Stock hat ey ich weiß nicht das ist irgendwie mal passiert und jetzt sieht das oh das ist echt doof so ähm wie viel brauche ich denn noch ich hole mir erstmal 16 hallo ne 16 ist auch schon zu viel fällt mir gerade auf ne 16 ist zu viel aber ist doch auch egal so so und zu jetzt können wir hier drin die Kühe lagern können die Kuh jetzt auch nicht mehr hier raus hoffentlich und ich bräuchte noch einen Zaun das heißt ich nehm den Zaun hier und mach da so ein Zaun Tor hin und dafür mach ich dann so äh ja und das hier muss ich auch noch mal irgendwann umbauen aber mal so richtig weit weg also so eine richtige Farm da ausmachen genauso wie upsala da hinten ist auch fast schon fertig hier an Weizen hier ähm ja gut das heißt jetzt müsste ich nur noch was holen ähm ach du kacke wenn ich jetzt wieder sterbe ne halt's Maul das habe ich gerade schon wieder herangehört wie dieser Geister der mich einmal angegriffen hat und dann habe ich gebrannt naja gut dann hoffe ich dass die Tour jetzt irgendwann mal wieder geht und äh die Kuhfarm ist fertig hat jetzt nicht lange gedauert und äh ach geht doch und ich bedanke mich fürs Zuschauen die sind sonst immer sonst zu lang geworden jetzt werden sie mal wirklich nur 15 Minuten ungefähr und äh die nächste Aufnahme kommt mit einer besseren Tastatur also mit einer anderen ich weiß nicht ob die besser ist auf jeden Fall mit einer anderen das heißt Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal tschau tschau haut rein Leute tschau tschau